So, die Aufnahme läuft. Ja, das Wasser steht immer noch. So, das ist jetzt hier das Nachtsichtvideo. Sieht jetzt natürlich ein bisschen komisch aus, weil hier teilweise alles noch ein bisschen hell ist. Ich freu mich hier nicht zu lassen und stre mentioned. Das blöde ist, ich kann nicht umschalten zwischen Infrarot und normaler Kamera. Man muss sich überlegen, filmt man jetzt auf Infrarot oder nicht. Das blöde ist, ich kann nicht umschalten. Das ist jetzt hier fast stockduster in den Räumlichkeiten. Wir sehen eigentlich doch eine ganze Menge. Das blöde ist, ich kann nicht umschalten. Sieht aber auch immer schlimmer aus, wenn man hier lang geht. Hier sehen wir gar nichts mehr. Das blöde ist, ich kann nicht umschalten. Jetzt nehmen wir doch mal die Kamera und die Lampe zur Hilfe. Hier sehen wir gar nichts. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich ein altes Bad. Aber ansonsten ist hier alles... ...läsch. ...läschen... ...läschen... Bis zum nächsten Mal.